Elgato hat mal wieder ein neues Produkt rausgebracht und zwar die Elgato Light Strips. In der Vergangenheit hatten wir ja bereits Produkte von Elgato, mit denen wir für eine bessere Beleuchtung in unserem Aufnahmebereich sorgen konnten. Nämlich die Keylight und die Keylight Air. Jetzt gibt es mit den Elgato Light Strips die Möglichkeit auch für eine indirekte Beleuchtung zu sorgen. Was die Elgato Light Strips genau können, was überhaupt alles mit dabei ist in der Box und vor allem wie man die Light Strips in das bestehende Setup integrieren kann, das schauen wir uns gleich nach dem Intro an. Bevor wir über die Spezifikationen reden und das Ganze auch in Betrieb nehmen, würde ich sagen, schauen wir uns doch erstmal an, was überhaupt in der Box dabei ist. Ist wieder so eine ganz normale Standardbox, die man hier bekommt, auch wieder schick gemacht im Elgato Stil und wir schauen einfach mal rein, was denn wirklich da drin ist. Packt man das Ganze aus, bekommt man erstmal so einen kleinen Karton und dort hat man hier in so ein Papier eingepackt den Light Strips. Das sind zwei Meter insgesamt aufgerollt. Da hinten ist auch schon Tesa, also doppelseitiges Klebeband von Tesa mit hinten drauf mit einer Schutzfolie, die kann man abziehen und man kann das Ganze dann sozusagen entrollen, aufkleben, anpassen. Dann hat man hier noch so einen Stecker, den brauchen wir gleich für die weiteren Dinge, die mit in der Box drin sind. Nämlich hier haben wir die Steuereinheit für das Ganze. Darüber wird nicht nur das Ganze angeschlossen, also der Light Strip angeschlossen und mit Strom versorgt, sondern darüber wird auch der Light Strip gesteuert. Denn hier ist ein WLAN, also ein Wi-Fi Modul mit drin, was sich dann mit eurem Netzwerk verbindet und dann könnt ihr das Ganze über Software steuern. Des Weiteren bekommt ihr hier noch so einen weiteren Tesa Strip, den könnte man dann zum Beispiel nehmen, um diesen hier, also die Steuereinheit unter den Tisch zu kleben oder irgendwo mit hinzukleben. Das ist dann auch ganz praktisch. Und dann bekommt ihr natürlich den ganz normalen Stromanschluss, der kommt dann an die Steuereinheit und im Elgardo-üblichen Stil wird das Ganze nicht mit einem länderspezifischen Stecker versehen, sondern ihr habt dann die Adapter, sodass ihr das für verschiedene Ländernetze anpassen könnt. Bei uns hier der ganz normale Stecker für 230 Volt, den kann man dann hier einfach draufsetzen, schwupp, einmal drehen und dann ist das Ganze fest und dann kann das ab in die Steckdose. Ja, ansonsten bekommt ihr halt noch so ein kleines Handbuch, da wird dann nochmal erklärt, wie das Ganze funktioniert, wo man was abschneiden kann, worauf man achten sollte und wie man es dann nachher verbindet und einstellt. Und das war es eigentlich schon. Mehr ist nicht in der Box, aber mehr braucht ihr ja auch nicht dafür. Bevor wir den Lightstrip aber nun in Betrieb nehmen und dann mit der Software auf unserem PC steuern, würde ich sagen, sprechen wir nochmal darüber, was das Teil denn überhaupt alles kann. Insgesamt bekommt ihr 2 Meter Lightstrip mit 1,3 Zentimeter Breite. Da hat man schon jede Menge Raum bzw. Länge. Wenn einem das zu lang ist, kann man das auch abschneiden, aber wichtig, achtet darauf, dass es nicht am Strom angeschlossen ist, wenn ihr es abschneidet. In der Bedienungsanleitung ist genau gezeigt, an welchen Elementen man abschneiden darf und so kann man das an die eigenen Bedürfnisse auch kürzen. Die Helligkeit ist mit maximal 2000 Lumen angegeben und die Temperatur bei 3500 bis 6500 Kelvin. Insgesamt habt ihr durch RGB 16 Millionen verschiedene Farben, die ihr für das Lightstrip konfigurieren könnt. Der Strombedarf wird mit 30 Watt angegeben und außerdem das Wi-Fi-Modul mit folgenden Standards. Hier könnt ihr im 2,4 Gigahertz Netz mit B, G oder N Standards arbeiten. Als Authentifizierung habt ihr entweder die Möglichkeit, WPA2 mit AES zu verwenden oder WPA mit T-CIP oder AES. Bei der Kompatibilität mit verschiedenen Betriebssystemen seid ihr auch relativ frei in der Wahl. Bei Mobilgeräten könnt ihr entweder iOS oder Android verwenden, bei Android ab Version 6, bei iOS ab Version 13. Bei den PCs habt ihr dann die Möglichkeit, entweder ein Mac oder ein Windows-System zu nehmen. Bei Windows ab Version Windows 10 64 Bit und bei Mac ab der Mac OS Version 10.14. Ja, das waren auch schon die Spezifikationen. Ich würde sagen, wir schließen jetzt einfach mal alles gemeinsam an und dann richten wir das Ganze auf dem PC ein. Ich werde das der Einfachheit halber hier jetzt auf einem Windows-System machen, Windows 10, und dort die Desktop-App-Variante nutzen. Zum Anschließen der Lightstrips ist das Ganze relativ easy. Ihr braucht einfach nur das Lightstrip, ihr braucht die Steuereinheit und ihr braucht den Stromadapter. Ganz wichtig bei den Lightstrips, das zeige ich jetzt nicht, wie man so etwas unter den Tisch klebt oder an die Wand. Ihr solltet darauf achten, dass ihr die Oberfläche, wo ihr diese Lightstrips dran klebt, vorher nochmal reinigt. Das kann man zum Beispiel mit Isopropylalkohol machen. Einmal reinigen, dass das getrocknet ist danach auch und dann könnt ihr das ankleben. Somit sind definitiv keine Rückstände von irgendwelchen Verschmutzungen auf der Oberfläche, die dann dazu führen können, dass die Lightstrips abfallen. Also der Kleber, das doppelseitige Klebeband nicht hält. Dann einfach ankleben, wo ihr das Ganze haben wollt, kürzen und wenn das passiert ist, dann könnt ihr die Lightstrips auch anschließen. Dafür würdet ihr das Ganze hier einfach bei der Steuereinheit bei dem Steckplatz-LED-Strip einstecken. Zack, dann ist das Ganze drin, schon verbunden und erst danach würdet ihr dann den Stromanschluss an die Steuereinheit stecken und dann natürlich das andere Ende in eine Steckdose. Nach dem Verbinden mit der Steckdose leuchten die Lightstrips einmal ein wenig auf, das heißt die wechseln die Farben und dann geht das Ganze auch in den Pairing-Mode. Das Ganze passiert automatisch, es sind einfach nur dafür da, dass einmal so ein kurzer Grundcheck der Steuereinheit durchläuft. Sobald ein dauerhaftes weißes Leuchten zu sehen ist an den Lightstrips, sind die Lightstrips ready, um gepairt zu werden. Also verbunden zu werden mit eurem Smartphone, Tablet oder eurem PC. Ja und jetzt müsst ihr eigentlich noch die Software herunterladen. Also auf dem PC zum Beispiel herunterladen, auf dem Smartphone dann einfach die App im Play Store oder im iOS Store herunterladen. Machen wir das Ganze einfach mal auf dem PC, dafür geht ihr auf die Website von Elgato und auf der Website von Elgato geht ihr dann einfach in den Download-Bereich. Im Download-Bereich braucht ihr dann die Control-Center-App. Einfach hier auf Show All, dann werden euch alle Applikationen angezeigt. In meinem Fall zum Beispiel hier Windows. Wenn ihr Mac habt, dann könnt ihr hier runterscrollen, dann ist das Ganze auch für Mac. Was wir brauchen, ist die Control-Center-Anwendung. Diese einfach herunterladen und installieren. Habt ihr die Control-Center-App installiert, braucht ihr diese nur noch starten. Normalerweise startet diese auch gleich nach der Installation automatisch und dann kann man einfach unten rechts in die Taskleiste gehen. Dort findet man dann das Logo fürs Control-Center. Sollte das Logo dort nicht zu finden sein, dann einfach auf dem Desktop die Control-Center-App einmal starten. Das Ganze blinkt auf und ihr müsst es eigentlich nur über die Taskleiste hier anwählen. Einmal draufklicken, dann ploppt das Ganze auf. In meinem Fall sieht es ein bisschen anders aus. Ich habe hier nämlich insgesamt drei Elgato Keylights am Start. Deswegen sind diese hier schon aufgeführt. Die Elgato Keylights und auch die Keylight Air werden auch über diese App gesteuert. Ihr wollt jetzt zum Beispiel eure Lightstrips hinzufügen. Dann klickt ihr einfach auf das Plus für ein neues Superherr hinzufügen. Und dann passiert folgendes. Genau das hatte ich nämlich auch vor. Und zwar wird nämlich gesagt, kein WLAN-Adapter. Damit ihr überhaupt am PC das Ganze einrichten könnt, braucht ihr am PC WLAN. Aber auch nur für die Ersteinrichtung. Danach könnt ihr es mit ganz normalem LAN-Kabel betreiben. Also wenn ihr in einem kabelgebundenen Netzwerk seid mit eurem Laptop oder PC, dann könnt ihr daraufhin das Ganze auch über die Control-Center-App regeln. Für die allererste Verbindung der Lightstrips müsst ihr eine WLAN-Verbindung haben. Das heißt entweder einen Laptop mit WLAN-Verbindung, einen PC mit WLAN-Verbindung oder halt ein Smartphone oder Tablet mit WLAN-Verbindung. Also machen wir das Ganze doch einfach nochmal mit meinem Smartphone. Das ist ein Samsung Galaxy, also ein Android-Gerät. Und dann zeige ich euch, wie dort die Ersteinrichtung funktioniert. Bei einem Android-Gerät geht man dann zum Beispiel einfach hier in den App-Store auf dem Gerät, sucht dann nach Elgato. Dort wird dann auch das Elgato-Control-Center angezeigt. Dieses muss man einmal installieren. In meinem Fall ist es schon installiert. Wir öffnen das Ganze und in dem Control-Center, hier sieht man das, werden jetzt auch meine Elgato-Keylights angezeigt. Dort kann ich dann einfach auf das Zahnrädchen gehen und kann sagen, neues Zubehör hinzufügen. Nun wird nach Zubehör gesucht und dort wird dann auch das Elgato-Lightstrip direkt automatisch angezeigt. Einmal drauf, dann auf Verbinden. Jetzt verbindet sich mein Smartphone automatisch mit dem Lightstrip. Und ich muss jetzt noch für mein WLAN, das Ganze kann ich hier auswählen, muss ich nur noch das Passwort eingeben und dann auf OK klicken. Habe ich das Ganze getan, verbinden sich die Lightstrips nun mit dem angegebenen WLAN. Das Ganze kann einen kleinen Moment dauern und danach sollte es auch in der App angezeigt werden. Ihr bekommt dann die Erfolgsnachricht, Zubehör erfolgreich hinzugefügt, OK und schon findet ihr eure Lightstrips auch im Control-Center. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch auch über mein Smartphone schon die Farbe einstellen, die Helligkeit und das Ganze ein- oder ausschalten. Ich finde es aber cooler, das auf dem Desktop zu machen. Das ist ein bisschen übersichtlicher. Das heißt, wir machen jetzt nochmal auf dem Desktop weiter, damit ich euch zeigen kann, dass es danach auch in der Desktop-App auftaucht. Auf eurem PC wechselt ihr dann einfach nur noch unten rechts zu der Elgato-Control-Center-Software, draufklicken und schon sollten da auch die Lightstrips auftauchen. Und diese können wir nun konfigurieren. Das heißt, man kann einerseits das Ganze ein- oder ausschalten. Damit kann man es an- und ausmachen oder aber ihr habt auch die Möglichkeit, hier die Farbe zu ändern. Und da seid ihr wirklich sehr frei am Drehen. Ihr habt die Möglichkeit, hier einfach per Mausklick und gedrückter Maustaste die Farbe zu ändern. Ihr seht dann auch rechts, auf was das Ganze hier resultiert. Und dann könnt ihr eure Farbe einstellen, die ihr für das Setup haben wollt. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, die Helligkeit einzustellen über diesen Slider hier unten. Das heißt, auf volle Leuchtkraft oder ein wenig weniger. Und neben dem Namen Elgato-Lightstrip habt ihr dann hier noch so ein Einstellungs-Icon. Wenn ihr da draufklickt, öffnet sich noch ein Pop-Up-Fenster. Und in diesem Pop-Up-Fenster, das ist normal in der Control-Center-Software, auch für die anderen Geräte, könnt ihr nun einen Namen vergeben, damit das Ganze vielleicht für euch besser zuzuordnen ist, wenn ihr mehrere Lightstrips zum Beispiel verwendet. Ich könnte das Ganze jetzt einfach zum Beispiel Lightstrip Studio nennen, kann dann hier zum Beispiel auch noch die IP-Adresse sehen von dem Gerät und auch die Firmware aktualisieren. Das heißt, sollte ein Update für die Firmware kommen, dann wird euch die Control-Center-Software darauf aufmerksam machen. Und ihr braucht einfach nur in dieses Einstellungen-Fenster gehen, auf Firmware aktualisieren klicken. Das Ganze wird aktualisiert und fertig. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Ich muss sagen, die Elgato-Lightstrips sind natürlich eine coole Variante gegenüber anderen Lightstrips, die es ja schon lange auf dem Markt gibt. So wird die Elgato-Produktvielfalt nochmal erweitert. Und man kann halt mit den Lightstrips für eine sehr schöne indirekte Beleuchtung sorgen. Damit sind wir dann aber auch am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen hoch da und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao!